Kann ich mich kurz auf die Station stellen? Ja! Ich kann es jetzt in der Fall? Das ist so! Oh! Das ist so! Das ist so! Äh! Äh! Guck! Ja! Wuh! 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 Das ist so! Wuh! Jetzt ist es offen Himmler ist ne Wurst aus Pelfi-Lee Sebastian ist es nicht Sebastian ist ne Kackwurst ohne Anzug Ohne Krawatte Jetzt hier gelacht Sebastian Steh Ach, Scheiße Ja, Tier Steh Ja, Scheiße Scheiße will man nicht Auf der Schuhsohle haben Scheiße stinkt nicht Doch, ich meine, es riecht nicht gut Tiere machen Scheiße Überall ins Haus Mit Live Crisis Now Ich hab ihr in die Hose gemacht Ach, sie ist jetzt nass Stinkt nach Nass Sie ist jetzt nass Stinkt nach Nass Himmler Himmler Da wird Äh Nö Fall Stich selbst Angefangen Meine Brille rutscht Runter Himmler 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 Meine Brille rutscht Runter Himmler 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 Wird oft gesagt, dass er stimmt Und aussieht die eine Tramse, doch das stimmt nicht. Denn, denn, Sebastian, Ach, Scheiße, Sebastian, Ach, Scheiße, Sebastian schlägt sie schlimmer als Tim Laia. Tim Laia hat nur ein Hautproblem auf dem Korb. Das ist doch nicht schlimm. Er muss nur das richtige Schumpfenshampoo finden. Und das ist schwer. Bewusstet er, dass ich auch mal Schumpfens hatte? Das ist ein paar Jahre her. Dann habe ich ein tolles, ein tolles Schumpfenshampoo, äh, Schumpfenshampoo gefunden. Und zwar von Garnier Nutris. Nee, Garnier, nee. Wie heißt das noch? NVIDIA. Nee, NVIDIA, Grafiker, Sensen, Aufruf. Aber ich habe jetzt eine von ATI Radeon. Garnier Antischuppen.